hey yo zusammen und herzlich willkommen zu let's play der der dinge der schlacht der menschen so schaut's aus ja genau ich habe noch ein paar lustige schlachten hier zu schlagen einmal die hier wird grauenhaft schwer die hier wird auch nicht leicht und die hier aber die geht und hier habe ich sogar einen helden ja das spielen wir zuerst weil das glaube ich kriege ich gut hin das müsste machbar sein dann aragon glaube ich krass wie die kamera da draußen licht macht es ist halt in der kamera weit heller als in real life das ist so heftig das ist echt strengt okay wir machen erstmal zu reparatur dass das nicht stopp so so was soll ich bauen werkzeug bereit genau erst mal ein guter bauplatz so wir werden siegen der feinde schnarrt da unten ist er okay dann bauen wir das jetzt so das gebäude hier werden fertig ah ne kaserne haben wir auch schon perfekt gut genau elben darf ich bauen das ist okay unser volk muss überleben so genau schön immer drauf schlunzen ja mach da mal so der greift jetzt an zack und noch mehr fähigkeit nutzen kann man nachher gleich machen kommen noch spinnen auch interessant das kostet halt auf dauer auch geld ne uh das wär nicht schlecht wenn ich das kaputt machen könnte ich nehme mal hier mal so ein bataillon das ist echt praktisch zack zack genau gut so der macht das kaputt boom ich darf den doch gar nicht töten ich muss erst gucken dass der level 3 wird ansonsten ist das schlecht der hat ihren troll ok cool so ja ok ausbilderei ist im ordner bis der level 3 ist wird das dauern bis der da nicht angreifen kann ätzend na gut naja mach da einfach deine kämpfe so bombs ja das macht gut schaden so asok ist hier müssen wir ein bisschen aufpassen sterben sollte der nämlich nicht nach Möglichkeit oh ja ok ok nevermind da kannst du jetzt kämpfen macht euch bereit angriff hier entlang das ist unser noch ok jetzt da kannst du jetzt kämpfen ok so der heilt sich müß er macht nicht viel schaden hält doch nicht viel aus das ist seltsam ich dachte er wäre ein bisschen stärker ist aber nicht hm doof doof so das können wir noch holen und das auch na glaube ich nicht so hier macht es bumm bum 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 da können wir noch angreifen einfach ein bisschen leveln und fertig ist so einfach ein bisschen leveln und fertig ist na komm level 2 ja halb ist auch schon ganz ok wenn er hinkriegt aber ja ich hätte schon gern besseren level so so die haben noch keine feuerpfeile wie sollte ich mir holen wusch 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 zack zack er levelt schon so ein bisschen ne stück für stück immer wieder mal passt schon wir werden siegen ah wenn wir das kaputt machen können wäre vielleicht auch nicht schlecht das gebäude ist bereit wir haben die kaserne verwendet ich weiß jetzt nicht ob das dann level gibt oder nicht aber hey es wäre dann eine möglichkeit naja geht so hat da unten noch orcs ich meine das bringt nicht viel level aber kann ich mal gucken wir müssen uns erheben jup sehr schön perfekt so gut mach keine gefangenen na also die orcs bringen irgendwann gar kein geld mehr naja so ist es halt was ist das gut uh er hat kein geld mehr haha ja irgendwann ist das geld vorbei ne irgendwann ist einfach Ende ok ich würde mal sagen der bums kommt jetzt weg ich habe genug schaden gemacht soll er sich wieder aufbauen ein paar truppen ausbilden so einen baumeister können wir töten ja ja ok so der macht das die machen das der macht das der macht das genau genau ok ok passt feuerpfeile die brauche ich noch so 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 cool ha 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 lala lustig ich ich finde die noch ein bisschen leveln ja ja genau so mal sehen was das bringt das macht es nicht noch zu nur nicht schlecht nur wir müssen gleich bereit du Soldat die Wegeung vorsichtig nichts dann uns widersteht macht euch bereit attacke ok über die türmchen bauen jetzt gibt er auch fast nehme ich ist okay für mich zweieinhalb level wie gesagt ist okay level 3 wäre besser aber ist okay ist schon in ordnung kann man lassen passt gut speichern 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 nichts behalten speichern speichern okay so die schlacht wird noch wichtig und die auch die ist aber sehr wichtig okay das ist rohan kankra viele reiter ich muss gucken dass ich die orks wegkriege ich weiß noch nicht wo sie auftauchen das ist das problem auf jeden fall will ich dass meine truppen zusammen stehen wegen aragans führerschaft das ist wichtig das ist sehr wichtig ich lauf dahin und dann dahin wo sollen wir bauen okay der wagen ist unterricht wir müssen einen besseren ort finden so oh geisterarmee okay hat das hammer okay okay Okay, ihr macht das, ihr geht's weiter. Okay. Gut. Okay. Müsst trotzdem passen. Schauen wir mal. Genau. Wo ist sein Held? Irgendwo hat er einen Helden. Da drüben. Da muss ich lang. Okay. Knüffel. Oh, der reitet mich hier komplett kaputt. Er zieht. So, Haldir töten. Also, die Helden kriege ich weg. Das hier auch. Dauert ein bisschen, aber es geht. Schafft er das? Ja, das schafft er. Oder? So. Okay. Gut. Turmwachen habe ich noch? Ja. Okay. Gut. Die Orks sehe ich gar nicht. Das muss sehr fein sein. Passt auf. Wir treiben sich wange herum. Was soll ich bauen? Bleib wachsam. Ähm. Aha. Schwierig. Wir kommen zu steck. Wir haben das Gefährdereich. Er hat halt wirklich schon viel Zeit bekommen, ne. Das ist echt ein Problem. Ich weiß, was wir haben. Wir haben die Kaserne verbessert. Ich will diesen Bumsgreif nicht ausbilden. Das ist das Ding. Ja, ja, ja. Will ich nicht. Genau deswegen. Okay. Ja, schwierig. So, hier jetzt ein Baumeister. Mal sehen, ob ich den wegbekomme. Nicht nachlassen. Ein guter Schussstand. Eure Schwerter. Eure Waffenverleid. Angriff. Macht euch bereit. Macht euch bereit. Okay, gut. Einer schon mal weg. Wir sind ein starkes Volk. Ihr seid ihr. Das ist geschützt. So. Das müssen wir töten. Oh ja, das muss weg. Okay. 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 Gut. Den da töten. Gut. Du musst das da töten. Das passt. Kann grad töten. Ja, ich bau grad ziemlich scheiße. Ist aber egal. Baumeister töten. Gut. Da ist noch ein Baumeister. Oh wow. Okay. Okay. Na, mach mal Elendil. Die leben noch. Ah, die Stufe 3. Denken, das krieg ich halt grad sehr schwer nur weg. Was der hier alles hat, man. Ist das witzend. Schwierig. Sehr schwierig. Okay. Ja, okay. Die Dinger sterben. Das heißt, ich kann jetzt anfangen, die da auszubilden. Ist sehr gut. Das passt. Genau. Ja, die sind tot. Die anderen sterben auch. Okay. Ihr könnt in den Turm. Spinnen kommen raus. Okay. Drachlinge. Komm schon. Alter Araron. Wie lang du brauchst, um das kaputt zu machen. Komm schon. Komm schon. Na also. Okay. Schaffen wir das? Sollten wir. Ich hab alles verloren. Auch Araron scheint grad drauf zu gehen. Aber der hält das aus. Der macht das schon. Kriegt er da Rüstung? Ja. So. Kämpf dich durch. Oh man. Ernsthaft. Okay. Also die Upgrades verloren zu haben, tut weh. Ob ich die wieder herbekommen, weiß ich noch nicht. Muss man mal sehen. Das war voll daneben. Geil. Na gut. Schmiede bräuchte ich halt, ne? Okay. Ich hab so kein Geld. Du gehst mal Base. Ja, nee. Bisher geht's. So, jetzt wieder Full Life. Sehr schön. Irgendwo wird's gehen. So, ich brauch Geld. Oh, Myrkwurz. Das tut weh. Myrkwurz tun weh. Ja, du nimmst so viel... Kann ich jetzt nicht ändern, Aramon. Der nimmt halt einfach viel Schaden. Ist so. Gut. Ist doof. Das sind meine ganzen... Okay. Ich muss gleich die Reiter und alles schmeißen. Versuchen, seinen Quatsch zu töten. Weil mit seinen Bogenschützen macht er mir zu viel Damage. Ist einfach so. Ach, ist hier schon wieder. Schon wieder. Aha. Na toll. Ich brauch Schmiede. Ich muss Schmiede bauen. Schmiede, Schmiede, Schmiede. So. Toll. Gleich krieg ich keine Vision mehr. Super. Ganz, ganz, ganz toll. Schön. Okay, Schmiede bauen. Machst eure Waffen bereit. Okay. Wo sollen wir bauen? Wer braucht einen Baumeister? Ne, 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 ne. So. Okay. Wir haben ein Leuchtfeuer entdeckt. Das ist schön. Glaubst du das? Na dann. So, die sind tot. Gut. 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 Schmiede. Ich darf halt noch nicht gewinnen. Noch nicht. Halt es nach dem Feind ausschau. Hier werden wir feindlich. Ja, wunderschön. Macht eure Waffen bereit. So. Weicht nicht zurück, Männer. Für mich passt das soweit. Da sind sie. Wir kommen zu spät. Macht eure Waffen, sie sind bereit besetzt. Der Feind ist für uns in den Raum. Ja, ja. Endlich. Das ist die Beule, wir haben. So, alles wegreiten hier. Stufe 3 Dingens töten. So, das da, das da, das da, die hauen ab, brauchen wir nicht mehr, hier geht es da hin, ihr macht es da haltet Schaden. Krass, dass die das können, das ist stark, das ist echt stark. Was soll denn der Scheiß? Gut, Schmiede, ja. Ja, ja, alles wird knapp hier. Noldokkrieger, die können wir töten. Das da, das da, wow, alle gestorben. Aber, Pasch. Die geschmiedeten Klingen sind fertig. Sieht ja da einfach Noldos aus, ne? Heftig. Na gut. So. Noch hat er die Schnauze nicht voll, ne? Wir haben das neue Eisenerz. Sehr schön. Wir greifen das Lager an. Verteidiger des weißen Baumes. Weicht nicht zurück, Männer. Macht eure Waffen bereit. Okay. 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 Gut. Dann noch die schwere Rüstung. Tooltip Missing Blabliblub. Wow. Kaputt. Perfekt. Loll, der kann den Noldos one-shotten. Das ist heftig. Mit dem Ritter von Dol Amrov klappt das nicht. Und mit den Todesengeln bestimmt auch. Jetzt gibt er auf. Scheiße. Na gut. Verteidiger des weißen Baumes. Damit ist das durch. Das werde ich nicht mehr bekommen. Okay. Nicht gut. Vor allem, weil sie nicht Level 1 sind. Ich habe ein bisschen Ausrüstung verloren. Aber zumindest habe ich denen die Schlacht gewonnen. Schade um die Schwerrüstung. Na gut. Ist ein Rückschlag. Aber nur ein halber. Und ich habe Armee getötet, was nicht schlecht ist. Das heißt, vielleicht mit ein bisschen Glück kann ich nächste Runde nachher ins Klamm, weil ich jetzt mehr Truppen habe. Oder halt. Vielleicht. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Muss man mal beobachten. Na gut. Okay. Hier fertig. Und nächste Schlacht wird... Oh Gott. Hey Odair, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Untertitelung des ZDF, 2020